Ich kann das nicht mehr. Mein Körper kann nicht mehr. Sie kamen extra mal, weil alles aus war, mit so einem Kasten Gorbatschow und sechs Flaschen rum. Von Penny. Ich war zehn Minuten weg, komm wieder, besteh mir einen Wodka. Wodka ist auf, ist fast. Wir hatten hier sechs Flaschen Wodka gezogen. Wir machen da hier Alpaka-Yoga und was ist das denn hier für ein Kack, Alter. Wir machen da Alpaka und die scheißen die da überall in die Ecken und kacken die dazu. Nein, das kann schon mal gar nicht sein. Alpaka gehen immer wieder zum selben Ort, um da ihr Geschäft zu werden. Und dann guck ich nochmal so genau hin, als hier echt in der Mitte. So ein riesiger Berg, Scheiße. Und dann drumherum, mal lieber Juga, Mann. Wo kommt das her, dass ihr so eigentlich im Durchschnitt wirklich viel mehr als andere trinken könnt? Ja. Ein Typ, was man kann. Guck mal, bei mir und Steve ist wirklich so nach so einem Freitag sind wir fast raus für eine Woche. Ist es das Alter? Wieso, wie alt bist du denn, Steve? Bist du auch schon so alt? 42. Das ist wirklich eiskalt, das schmeckt so richtig lecker nach Zitronen. Das schmeckt wie eine Sprite quasi. Gerik, das ist ein bisschen so wie dieser Teamfahrer bei der Tour de France. Der eine, der da vorweg zieht und sagt, ich zieh dich jetzt mit da rum. Ich würde es, glaube ich, so für uns beide. So, dass ich da jetzt mit der Dose nach vorne gehe. Ich muss mal sagen, ich spanne mich jetzt vor unseren Karren. Das geht, das geht. Ey, jetzt müssen wir uns merken. Ey, das ist so lecker. Ich spanne mich da jetzt vor unseren Karren so. Eben, eben nach vorne. Ne, nimm diesen Wind entgegen und fahr uns da jetzt den scheiß Berg hoch. Ich glaubte ja auch schon die ganze Zeit. Da hat er doch schon gekauft. Ich halte einfach die Schmerzen. Nicky! 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 Sind das Schuhe? Ja. Echt? Echt Schuhe? Ey, lass mal da drüben, ist irgendwie auch ne Gruppe. Lass mal rüber gehen. Lass mal rüber gehen. Ja, ich muss hinterher. So. Was für ne Wagen nehmen wir jetzt? Marc, riech mal kurz an Nicky. Riech mal an Nicky. Nein, was ist denn hier? Du riechst dann an 48 Kräutern. Riech mal schön nach Jägers. Wer riecht denn so doll nach... Was? Nein, das ist... Super, Junge. Riech ich? Ich? Wir wollen Party-Fahne mit uns. Sof, sof. Willst du sagen, wir gehen jetzt noch mal rein, oder? Nicky! Wer ist für den? Wer? Au! Au! Ich geh jetzt mal voran. Ach nee, ey, ey. Ey, du machst egal, war auch Marc. Das haben wir so nicht abgesprochen. Ne, ne. Also, ich darf nicht starten damit, aber... Einmal kurz nach Mau jetzt. War für mich auch nicht einfach. Mach mal weiter. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Wie viel da fehlen? Sei dir jetzt. Dann lass nach Hause. Ey, danke an die Veranstalter. War cool. Macht nächstes Jahr vielleicht nur einen halben Tag das Festival. Weil am nächsten Tag wollen alle nach Hause. Ist das grad passiert? Ich trink die Scheiße nicht. Niko! 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 Ja, ja, ja! Niko! Du bist gleich verhindert! Niko! Warum können das alle? Seid ihr wohl klar? Oh! Adi! Ja! Kommt einer hoch gerade wieder bei mir. Oh! Guck mal, wie viel das ist. Keine Option. Keine Option. Keine Option. Ist das die Ex-Nummer? Ja, die Ex-Nummer. Nee, nee, nee. Mit einem vollen, mit einem vollen. Ey, ich schwör, irgendwann fick ich dich mal zurück. Einmal noch auf Tour gucken, da hatte ich klar, 11 Uhr, 46. Ich wollte heute echt ruhig machen. Das ist das Zeichen, Digger. Das ist das Zeichen, dass wir auch... Oh! Mann, ey! Oh! Oh! Tutorial, gell! Oh! Oh! Das wird auch wieder spät. Tobi! 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 Das finde ich aber auch. Ja, cool! Vorragend, der dritte Platz. Und ich möchte echt sehr viel Applaus haben. Selfie Sandra! Ja! Oh! Oh! So, dann haben wir auf den zweiten Platz zwei Personen, die tatsächlich auch zu zweit den zweiten Platz verdient haben. Miki und Max, die Brüder sind auf Klasse! Oh! 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 Und wir haben tatsächlich einen Überraschungskalier. ganz großen Applaus. Die tagesvollste für den Abend des Samstages geht an Hanna! Oh! 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 Hanna! 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 Hey, wir können doch ohne Eifel Spaß haben. Das waren nur die Sprache. Jolie Congress. Jolie Correctus. Vh! Na! Hanna einfach. Jolie. Jolie этой Joliecar. Die schmeckt nur meine Kville. Das war so... Definitely Trump! D Killing was ist. And it was... Ok, fred it. Ich brauche mal eben genau. Das war das Kville. Du bist einmal von Mallorca geboren worden. Ich überrasse das alles. Hey Broca, jetzt hör doch um aufzudrehen. Das senden wir nicht, Carsten. Ich bin schon wieder auf. Im Insel Fieber. Ich bin ne Partysauch. Ich mache Montagsblau. Ich liebe jede Frau. Du klickst mir die Lichter für dich aus. Geburtesinn. Ich hör euch nicht. Geburtesinn. Und nochmal. Geburtesinn. Ich muss gleich sehr schnell laufen. Ich bin ein bisschen fuchsisch für den ganzen Tag zu laufen. Kann das sein? Ich hab einen Reizdarm. Es ist noch so weit. Steve hat so heftig dünches. Und er sagt im Bus gerade, er ist schon bei ne 9,5. Und eigentlich ist schon die 9, man schreist sich in die Hose. Der Block wird wahrscheinlich so aussehen. Wir sitzen einfach nur im Zettel, machen nichts. Ich setze feiern. Machen wir Schluss? Es ist zu Ende jetzt. Luca und Dave haben wieder was draus gemacht. Vielen Dank. Tag ist vollster am Freitag. Gut. Du kannst dich sehen lassen. Danke. Bauen. Gutes Event. Vielen Dank nochmal an die Veranstalter, an jeden Einzelnen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir kommen natürlich nächstes Jahr wieder. Wenn wir dürfen. Wir wären noch nicht da, wenn wir so unbedingt vorbeikommen. Und wenn man dann Luca will. Ganz, ganz krass. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog.